Ja, wunderhübsche Gegend. Warte mal, was ist da stehen? Nein, Mailboxes etc. Nur weil ich meine vergessen habe. Schöner Schlöss, direkt am See. Ist das nicht geil? Wow, wow. So, da gibt es Schnee. Und wir müssen noch nach oben. Wir müssen nicht durch 10. Sonst vergammelt ihr. So, das war die kleine Kirche. So, wir quälen uns Arsch ab. 638 Meter hoch. Und hoffen irgendeine Kirche zu treffen. Laut Name ist zumindest so. Da steht es. So, und was war da? Das hier. Macht nichts, aber wir haben noch tausende Meter vor uns. Das hier. Das hier. Das hier.